Was passiert innerhalb der nächsten fünf Sekunden, wenn du ein Like da lässt? Ach, wem mach ich was vor, Freunde? Lass dein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, das wäre mein Traum, mal die 1 Milliarde Abonnenten zu knacken. Hey, ich glaub, ich schaff's nicht. Was passiert in dieser Folge? Hä? Er kann ab... Oh! Oh! Oh mein Gott! 500, 600, 700, 800... Bei Goldersk gebe ich dir 100 Euro. Was passiert in dieser Folge? Herzlich willkommen, Community, an jeden Einzelnen, der auf das Video geklickt hat. Und zwar, Freunde, wollte ich nur kurz sagen, abonniert meinen zweiten Kanal, und zwar NativesTV, da kommen in den nächsten Tagen Streams, Reaction-Videos, bis zum Gehtnichtmehr. Klickt auf das I, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und jetzt, Freunde, viel Spaß bei der Challenge mit meinem Bruder. Was passiert in dieser Folge? Hey, und Community, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit meinem Bruder. Was geht ab? Was geht ab? Und zwar haben wir so gemacht, bekommt er pro Kill, denn er macht 100 Euro. Ich hab hier ein bisschen Geld abgehoben, so vom Konto, damit's auch ausreicht. Ähm, nicht, dass er dann zu viele Kills macht. Ja, denkst du, du bist gut? Ja. Bist du gut? Ja. Er denkt halt, der ist gut. Ja, mal schauen, vielleicht zieht er mich richtig ab. Was willst du eigentlich mit dem Geld machen? Nee, ich glaub, ich spare das für meinen Bruder für schwere Zeiten. Alles klar, Digga. Ja, okay. Ich will mir einen PC kaufen und auch mit YouTube anfangen. Gut, also, ähm... Oder für schwere Zeiten für meinen Bruder. So, Digga. Ja, Freunde, ihr habt's gehört. Schwere Zeiten für den Bruder. Ich würd sagen, da wir Weihnachten haben, holen wir uns mal den Weihnachtsschup, aber ich find den richtig nice. Und wenn ihr euch den auch holt, dann gönnt euch den Skin, und zwar mit Cradle Code I'm Nathus. Ja. Äh, ja, genau. Cradle Code I'm Nathus. Und, ja, ich würd sagen, wir spielen jetzt mit dem Ehrenbruder. War das ein legendärer Skin? Nein, ne? Das war ein lilaner Skin. Genau, geil, ey. Ich feier den auf jeden Fall. Ähm, soll man noch die Spitzhacke kaufen? Braucht man nicht, ne? Das ist ein bisschen zu übertrieben. Pro Kill, den du machst, kriegst du 100 Euro. Also, Freunde, ihr habt das Geld hier. Pro Kill, den ihr macht, leg ich 100 Euro zur Seite. Und am Ende schauen wir, wie viel Geld er gemacht hat. Also, seien es... In der Runde darf ich spielen. Du darfst eine Runde spielen. Eine Runde reicht. Lass so machen. Drei Runden und die Beste zählt. Nein, Digga, das geht doch nicht, Mann. Nein, 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 nein. Hä, was, wenn ich jetzt direkt verkackt? Ja, dann Pech gehabt. Alles klar. Ja, okay, okay. Wir machen auf jeden Fall so, ähm... Eine Runde darf er spielen. Ähm... Für den PC braucht man schon so 1000 Euro. Also, du musst 10 Kills machen. Und wenn du den epischen Sieg holst, ne? Dann, ähm... Kriegst du nochmal... Dann verdoppelt sich diese Anzahl an Kills, die ich gemacht habe. Nein, Digga, übertreib. Oder? Doch, 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 doch. Pro Kill kriegt er 100 Euro. Und wenn er den epischen Sieg holt, dann bekommt der pro Kill, den er gemacht hat, 200 Euro, Digga. Ja, Mann, Alter, krass, Digga. Boah, ich wünsche dir Glück, Bruder. Ich wünsche dir Glück. Das Geld ist für dich, verstehe ich? Das ist ja... Gerecht. Gut, ja. Ja, okay, Bruder. Wie gesagt, pro Kill 100 Euro. Wenn du den Sieg holst am Ende, dann kriegst du nochmal pro Kill, den du gemacht hast, 100 Euro dazu, beziehungsweise dann 200 Euro, aber nur, wenn du den epischen holst. Ich würde dir vielleicht raten, irgendwo zu landen, wo du viele Kills machen kannst. Ja, lande irgendwo, wo du denkst, du machst viele Kills. Ich glaube, 20 Cent ist ja schon ganz gut, aber Slurpee Slurpee ist auch gut. Ich bin ehrlich, da links, da ist es auch richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Was ist so deine Taktik, wie willst du vorgehen? Ich werde die ganzen Bots abtöten. Die ganzen Bots? Ja. Ja, okay, das Ding ist, es gibt keine Regeln, dass Bots nicht zählen, sondern Bots zählen auch als... Das wäre echt, das ist unfair, ne? Ohne Bots. Nein, bist... Du bist jetzt auf einmal lustig geworden. Nee, Spaß, Freunde. Okay, okay. Wenn du keine Waffe kriegst, dann musst du Waffe suchen. Ohne, wow. Was ist jemand? Okay, okay. Das Bot ist ein Urgroßvater. Wenn er dich killt, dann bist du echt der schlechteste Spieler der Welt. Oh! 100 Euro auf Naked! 100 Euro! Der Bruder hat schon mal 100 Euro. Ja, geil. Wie findest du eigentlich Fortnite zur Zeit? Macht es dir Spaß? Ja, macht mir mega Spaß. Und wie läuft es zur Schule bei dir? Mega gut. Der ist echt gut. Echt? Ja, das freut mich schon auf jeden Fall für dich. Ich hatte letztens in Marte eine Eins. Okay. Der ist... Der ist ein Streber, Digga. Ich muss das Video so nennen. Streber bekommt pro Kill 100 Euro. Oh mein Gott, da ist noch ein Gegner, ne? Ja. 100 Euro. Willst du ich snipen? Ja, mach mal. Digga, was war das für ein Snipe, Digga? Was war das für ein schlechter Snipe? Du bist einfach schlecht. Jetzt chill das. Wenn er den epischen holt, dann sind es am Ende 400 Euro. Boah, Digga. Was war nochmal mit dem Streber in deiner Klasse? Ah, der Streber in meiner Klasse hatte in Mathe eine 2. Ja. Und ich hatte eine Eins, ne? Ja. Da kommt so ein Kumpel zu mir, hat gesagt, ja, ich wusste, dass du die Eins hast. Und der Streber guckt so. Und der ist so zu mir. Habt ihr so geguckt, oder was? Okay. Warum? Der gönnt, glaube ich, nicht. Der gönnt dir nicht, ne? Ne. Ey, krass. Und dann kam er noch so letztens zu mir. Ja. Wir haben so in letzter Zeit immer voll viele Echsen geschieben. Ja. Ich war überall besser als den. Ich hatte, glaube ich, immer eine Eins. Ja. Ich dachte, ich glaube, immer eine Zwei. Und weniger Punkte halt natürlich als ich. Okay. Da kommst du zu mir und sagst, äh, in den letzten Echsen und so, das ist doch immer besser als mich so. Was ist deine Strategie, sagt er. Hättest du gesagt nichts, meine Strategies? Also, ich nehme immer Schild dran, bevor ich Probe schreibe. Und ich habe immer gute Waffen. Sorry, ich war nicht so viel Schule. Mensch, was? Ich kenne mich nicht so mit Schule aus. Was ist Schule? Was macht man da? Da macht man noch Gebete oder so, ne? In der Schule. Ja. Ich den Kille auf ihrer Runde. Boah, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt halt echt spannend, Alter. Digga. Der ist halt, also, man muss sagen, er ist nicht schlecht. Oh, fuck. Oh. Oh. Erik nimmt. Oh. Abonnieren. Wird auf jeden Fall auf seinen Kanal abonnieren, Freunde. Bei 5000 Abonnenten kommen dann Videos bei dir, oder? Ja. Okay. Also, hier nochmal 100 Euro. Spaß, Mann. Also, auf jeden Fall, hier, du hast schon drei Kills, 300 Euro am Start. Also, ich gönne es dir auf jeden Fall, ne? Also, es ist ja nicht so, dass es so irgendwo wehtut, so, jeden Kill, den du machst, dass ich 100 Euro wegzahlen muss. Aber ich gönne es dir. Es bringt mehr Glück, sagt er. Da muss ja jetzt eine goldene Skal drin sein. Wenn du meinst. Bei goldener Skal gebe ich dir 100 Euro. Nein! Ja. Nein, Digga. 100 Euro, Digga. Digga, du hast schon 400 Euro. Warte, müssen wir das Geld, was ich dir für die Skal gegeben habe, auch verdoppeln am Ende? Nein, oder? Doch. Ne, warum denn? Krieger Klug machen wir das. Nein, Krieger Klug. Ja. Nein, Bro, wir haben doch Dings gemacht. Wir haben doch so gemacht, dass wir dann die Kills verdoppeln. Okay, wie viel Limit habe ich eigentlich? An Geld, was du bekommen kannst. Du hast kein Limit, du kannst so viel gewinnen, wie du kannst. Du kannst auch 100 Spieler töten, dann hast du 10.000 Euro bekommen. 10.000? Ja. Warte, warte. Doch, doch, doch. 100 mal 10 sind 10.000. Oder? Nein. 100 mal 100. Ja, 100 mal 100. Kapp, kapp, kapp. Ja, komm, 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 der Hase, der Hase. Oh, okay, okay. Du willst, Bro. Wo ist denn der? Hä, wo ist die Laser? Das ist die falsche, genau. Hä? Du hast irgendeinen Fehler gemacht. Fehler in der Matrix. Ah, da, da. Aber ich würde das wieder in Ordnung machen. In Ordnung, weil schau mal, wie du deine Waffen geordnet hast. Du hast deine Waffen richtig komisch geordnet. Ich könnte so niemals spielen. Dann mach ich das. Oh, fuck, der kommt. Aber egal, du hast es geschafft. Oh. Oh. Hä? Er kann ab... Oh. Digga, er hatte schon gut Schaden gedrückt, ne? Ja. Er hatte echt mies Schaden gedrückt, Digga. Egal, ist ein Kick. Boah, Digga. Mann, du. Mann. Mensch. Heftiger Dude, alter, muss man schon sagen. Und wie gefällt es dir so schon? 500, warte, wie viel hast du schon gewonnen? 100, 200, 300, 400. Du hast schon 500, Digga. Ist das der Gegner? Nein. Das hat auch nichts, gell? Ja. Warte. Boah, der Bra macht Geld. Der Bratan bleibt der gleiche. Der Bratan bleibt der gleiche. Bra. Der Bra, Brr. Entschuldigung, blub, 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 blub. Der Gegner? Oh, oh, oh. No, 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 no. Soll ich mir mal ein bisschen nerven, Freunde? Weil er, äh, fließe. So, ich mag dich, ähm, das war's gut. Oh, die Zone kommt, Digga. Es sind noch 15 Spieler am Leben. Ich würde vielleicht so machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihm Tipps geben soll, weil das Ding ist... Das hast du gesehen? Nein, wir machen das so, wir machen das so, ne? Weil wir schon so machen, dass, wenn du gewinnst, dass du das verdoppelst. Aber ey, von überall. Dass wir so machen, wenn du stirbst, dass du gar nichts bekommst. Nein, übertreib mal nicht. Doch, doch. Boah. Oh! Franz heißt, Digga, nochmal... Oh mein Gott, Digga, der zieht mich halt wirklich ab. 600 Euro, Digga. Boah, man muss schon sagen, echt Respekt, Digga, Respekt. Ey, wenn ich du wäre, ich glaube, ich würde eher schwitzen, jetzt den Wind zu holen. Weil da verdoppelt sich dein ganzer Einsatz. Ja, mach ich, mach ich. Aber wenn du stirbst, ne? Wenn du stirbst, dann bekommst du gar nichts. Machen wir das so? Ja, ja. Wenn du stirbst, du kriegst gar nichts? Boah, Digga, ich würde mich halt jetzt mehr anstrengen. Entweder doppelt oder nichts. Weißt du, was ich jetzt machen muss? Was denn? Ich muss den da kriegen. Zum Tank. Ah, stimmt, 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 ja, ja. Ich würde vielleicht, warte, warte, es sind noch 13 Spiele am Leben. Ich glaube, links von mir sind welche, da vorne. Ja, aber ich würde vielleicht erst mal zu dem Tank gehen. Geh einfach zum Tank, Digga. Ich würde einfach zum Tank gehen, Digga. Weißt du, dass ich sterbe? Nein, ich will nicht, dass du stirbst. Ich helfe dir gerade nur. Geh dich vielleicht durch Wasser schleichen. Oh mein Gott. Schau mal, der hat sich fast abgeschossen. Geh lieber zum Tank, ich bin dir ehrlich, Mann. Schwer geht zum Tank. Du hast doch Loot. Du kannst auch... Ich hab richtig wenig Material hier. Ja, aber baue ein bisschen. Und sie ist da hinten? Der 41, naja, besser als nix. Sagen wir mal so, besser als nix. Ich würde echt zum Tank gehen und den Tank jetzt kaputt machen. Mach, mach. Also, wenn... Kann ich auch abschießen? Ja, ja, glaube schon. Aber ich würde dann erst, wenn ich dort bin, abschießen. Hier ist niemand. Echt? Ja. Oh, oh mein Gott. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga, wie er geschwitzt hat, Alter. Digga, mach einfach den Tank kaputt, dann hast du wieder alles. Ach, stimmt, warte, warte. Die Zone kommt? Egal, mach einfach alles kaputt. Und nimm die Laserwaffe, nimm die Laserwaffe. Warte, gleich, gleich. Ich brauch lebenswichtiger. Oh, hä? Geil, egal. Trotzdem, du hast viel bekommen, ja. Du hast viel bekommen. Aber nicht alles, oder? Du hast nicht alles bekommen, aber trotzdem, du hast viel bekommen. Boah, Digga. Ehrlich, heftig. Du bist echt heftig, Mann. Das ist... Warte. Das ist der Wahnsinn, Minion. Ich hab nicht alles. Die Laserwaffe, das doch. Die Zone gehen, ja? Das... Mats... Hast du Mats eigentlich von ihm bekommen? Ja, du hast... Schau, du hast jetzt sogar noch gut Mats von ihm bekommen. Aber das war krass, wie du ihn geholt hast. Alter, wir waren beide schlecht. Warte, warte, jetzt passiert was. Boah, noch neun Spieler leben, wenn du jetzt den Win holst, Digga, dann bist du der Allerkrasse. Ich bin dir ehrlich. Mein Herz warst. Echt? Ein bisschen. Krass. Boah. Ich war doch gerade eben schon hier. Das hab ich gebaut, oder? Äh, ja. Habt ihr gesehen? 100 Euro dafür. Dann ist klar. Ups. Ich würde vielleicht, äh... Auf Leben, ne? Ja, ein bisschen mehr Leben, auf Leben schwitzen. Du hast schon neun Spieler, ne? Ja, es sind neun Spieler im Leben. Du hast sechs Kills, Digga. Ja, aber deswegen ist... Ich würde lieber nach oben. Nein, nein, nein. Oh! Ja, Digga. Zu wild. Nein, komm. Komm, diesmal schlagen wir nicht drauf. Doch. Gute Haar, man, mi flow. 700 Euro, sicher? 800? Nein, 800, ja, ja. Wenn du den Äpfchen holst, dann verdoppelt sich alles. Ja. Und geh lieber nach oben, würde ich sagen. Vielleicht hatte der Schildis oder so. Aber hat da nicht jemand gerade gebaut, nein, ne? Doch. Das wurde gebaut, ne? Ja, es wurde, glaube ich, gerade gebaut. Seht ihr, Leute, wie dreckig. Alles klar. Muss los, Bruder. Ich würde mit der Waffe spielen, ja? Die schießen, der schießt, der schießt. Echt? Ja. Digga, der ist crazy. Die ist gut, ne? Die Waffe. Ja, aber ich würde ihn gar nicht mal pushen, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, ich habe keine Munition. Oh ja. Digga. Digga, 900 Euro hat er gewonnen, Digga. Der Bruder, der macht mich pleite, Alter. Ich wollte ein bisschen sparen, aber er macht mein ganzes... Egal. Mein Geld ist sein Geld. Sein Geld ist mein Geld. Hehehe. Verstehst du, was ich meine? Für dich für schwere Zeit. Ja, für schwere Zeit, Bruder. Du gibst mir zurück sofort, Hedgehogs. Aber wenn du stirbst, dann darfst du gar nichts davon behalten. Wie gesagt, du musst den äpfchen Win-Hoch. Ist auch irgendwo... Nein, das haben wir eigentlich nicht so abgesprochen. Eigentlich nicht, aber du hast danach zugestimmt. Hä? Wie du beweist, habe ich nicht. Doch, hast du. Noch vier Leute, ne? Boah, Digga. Epischer Winner und so, dies, das. Schaffst du? Aber du hast acht Kills, Digga. Das ist crazy. Aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt verliere, wenn ich sterbe, dann kriege ich gar nichts davon. Nein, Spaß. Komm, wir machen das doch nicht so. Du hast schon 800 sicher, aber wenn du jetzt gewinnst, dann verdoppelt sich alles. Schau, ich möchte jetzt nicht so sein. Er möchte dich so gerne PC holen, deswegen. Nein, nein, nein. Ich würde den pushen. Fuck, was soll ich machen? Schau mal, wo die Zone ist. Ja, geh doch nach oben einfach. Du gehst sowieso falsche Richtung. Ich gehe nach oben. Du gehst falsche Richtung, die Zone ist nicht da. Nee, ich wollte schon. Also halt, ich gehe von der Seite. Ja, kannst du machen, von der Seite ist gut. Sogar schlau, Digga. Dafür bin ich bekannt, Naras. Du bist dafür bekannt. Was passiert mit Bekanntheit? Diese Waffe habe ich gar nicht benutzt. Ja, dann schieß ihn mal nach. Ich das sterbe. Nein, schau mal, der ist da oben, der ist da oben, Digga. Ja. Oh, 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 oh. Okay, okay. Das ist bestimmt Standardskill, der liebt diese Waffe. Gott, ist voll OP. Ja, Mann, ist echt gut. Also, ich will schon mal sagen, wenn ich jetzt sterbe, es hat sich trotzdem gelohnt. Ja, es hat sich trotzdem gelohnt, auf jeden Fall. Aber epischer Sieg, Digga, alles verdoppelt sich. Mann, Digga, Mann, Mann. Ja. Er soll Schiss bekommen, Digga. Echt? Er soll Schiss bekommen. Ach so. Ich dachte, du hast gesagt, du hast Schild bekommen, wenn ich mich verdoppel habe. Ja, Bro. Dann schaust du nach da zum Schild, Digga. Nochmal, links. Oh, mein Gott. Ja, ich seh den. Ah, du bist nicht. Ja, aber, nein, ich würde lieber, ich bin dir ehrlich, ne, ich würde nichts. Oh, okay, okay, das wird jetzt. Ah, weißt du, was ich mache? Oh, mein Gott. Ja, schieß ihn ab, Digga, schieß ihn ab. Ist er auf einmal runtergegangen? Digga, der ist nach unten gegangen. War da ein Schlaumeier. War da ein Schlaumeier, Digga. Schau mal, da ist jemand. Da, da vorne ist jemand. Ja, ich seh den. Links ist jemand. Ja, und wo ist der andere? Da, da, nee. Nee, nee. Ist nicht der. Ich glaube, in dem Haus. Ja, das kann. Bestimmt so ein Bot, der sich versteckt. Safe. Nein, zeig dich nicht so. Der sieht dich doch. Ich will vielleicht hier eine Wand machen, ne? Ich werde einschossen. Oh, mein Gott, Digga. Ich heil mich einfach. Ja, heil dich einfach. Nee. Du stirbst nicht. Ja. Das ist gut. Hinter mir darf niemand sein. Das kann keiner. Da kann auch keiner sein hinter dir. So dumm. Digga, du hast so richtig, wo du geschossen hast, du hast den hier gemacht. Warte. Boah, das wird spannend. Pass auf deinen Kopf, Digga. Ich schwör. Soll ich da hoch? Zu dem? Na, ich weiß nicht. Die Zone kommt. Aber du bist ja in der Zone. Schau mal. Ja. Schau mal das Gute. Ja, schau mal. Oder wenn nicht, dann muss halt einfach eins weitergehen. Schau, du bist sogar drin. Du bist sogar drin. Metz ist nicht so wichtig. Sagt der Nupen auch jetzt nicht gut, aber Metz wichtig. Also, du bist ja ein Pro. Ja, alles klar. Ehre genimmt. Schau. Digga. Ich wusste, dass dich das... Er macht mich halt echt pleite, Digga. Ich wusste, dass ich den noch nicht... Boah, ich schau mal, wie viel du schon hast. Er lässt auf 1000 Euro, ne? Oh mein Gott, nein. Digga, wenn du... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Digga, du hast schon 1000 Euro safe. Oh, das ist ja, das ist ja. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, nein. 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 Doch. Warte, ich glaube, das ist ein Bot. Das ist kein Bot, das ist kein Bot. Der tut so, als wäre ein Bot. Der verarscht dich. Ey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Ja, wenn du stirbst, das wäre todesmies, Mann. Das wäre... Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh, warte, warte. Wo, wo, wo ist sie? Wo ist sie? Schau mal, da, da, da. Oh, Digga, der ist... Du hast keine Metz. Du hast keine Metz? Nein. Oh Mann, Digga, das ist jetzt mies. Ja, ja, warte mal. Du hast auch kein Heilmaterialien oder so, ne? Nein. Der ist irgendwo da, ne? Der ist da oben. Ist der da oben? Digga, du hast deine Position kaputt gemacht. Nein, ja. Es hat sich trotzdem gelohnt. Aber wenn du epischen holst, dann verdoppelt sich ganze Geld. Dieses Scheichsturm. Ja, ich bin hier selber voll gespannt, Mann. Obwohl du spielst. Ja, die Zone kommt, Digga. Oh mein Gott, Digga. Vorbei, vorbei. Er ist aber nicht dumm. Oh, warte mal. Pass auf, pass auf, Falle auf, ne? Komm doch runter. Es gibt ja voll viele Dinger da. Ja. Mein Gott. Kannst du nicht alles abbauen? Doch. Warte mal, Digga. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Niemals, niemals. Das ist zu krass. Das ist zu krass, Freunde. Gewehr, Gewehr. Boah, du hast 1.000 Euro gemacht, ne? Ja, warte. 1.000 Euro. Ich muss ihn noch. Ne, du hast 900, weil ich inklusive der Skar, ne? Ne, warte. Das war der 10. Das war der 10. Das war der 10. Ah. Digga. Boah, das heißt. Das heißt, warte. Du hast wie viele Kids gemacht? Ich hab zu viele Kids gemacht. Ne, sag mal. Wie viele Kids waren das jetzt? Ich hab zu viele Kids gemacht. Sag dir jetzt mal. Ich weiß nicht. Äh, 10 Kids. Boah, 10 Kids? Plus die Skar, Digga. Also hab ich. Warte. Die 10. 200. 2.100 Euro bekommt er, Digga. Also wir haben hier schon mal 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Das heißt, ich schulde dir noch 400 Euro, ne? Ja. Ich schulde dir noch 400 Euro, Digga. Okay, damit kannst du dir einen PC kaufen. Damit kannst du dir alles eigentlich erfüllen. Aber Respekt, Freunde. Was für eine krasse Runde er hier geleistet hat. Geht alle auf seinen Kanal rüber. Abonniert ihn. Wann startet es mit YouTube? Wenn ich die 5.000 Abos hab. Also bei 5.000 Abonnenten fängt er auch mit YouTube an. Dann machst du auch so jede Woche Videos oder täglich? Ja, jede Woche. Oder 2 Videos pro Woche wären möglich, weil ich gehe ja noch zur Schule. Wird da ein bisschen stressig. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Sein Kanal ist ganz oben in der Beschreibung. Abonniert ihn auf jeden Fall. Gönnt ihm ein bisschen was. Möchtet auch mit YouTube durchstarten. Ansonsten beste Community. Folgt mir auf Instagram. Abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace. Peace. Aaaaaah. Aaaaaah. Gemein, Gerrit.